Jetzt komm ich rein, ach, da muss ich mal kommen. Also rein komm ich auf jeden Fall, nur. Ja, aber beim Gegner war kein Platz, also müsste es schon wenigstens bei uns im Team sein. Basilan folgen. Ja, Basilan folgen. Ja, steht hier. Basilan folgen. Ja, ja. Basilan folgen. Basilan. Du Christo. Basilan. Hey, folgen. Basilan. Oh, hier regnet es, ist hier. Fireteam Delta. Was auch immer. Huch, was bin ich denn jetzt? Jetzt habe ich gar keine Waffe. Oh, doch, jetzt habe ich. Greifen Südkirchen. Einfach heute noch an. Wer so einen Schein Tomohawk-Helmacht, darf ich jetzt mal so trauen? Südkirchen sicher. Gerade, dass man das nicht werfen kann. Oh, nee, Bund, ich bin in der Fall schon ein Rettstuhl. Greifen südkirchen Vektor an. Auch behindert ist nicht. Gut, ich habe ja über 100 Schuss. Erst habe ich gar nicht gerafft. Greifen mittleren Sektor an. Rücken vor zum nördlichen Sektor. Kann losgehen. Dort gesichert. Mitte gesichert. Woh. Ach so, das ist der mit dem Spawnpunkt hier. Euro, mittleren Sektor. Verlieren südlichen Sektor. Süd verloren. Mitte verloren. Oh, von wo? Da! Da ist niemand tot. Mk16 PDG. Oh, das gibt's noch nicht. Na doch, ich hab'n da auch. Ich brauch'n Scheiß. Da ist'n tot. Von oben, von oben. Auf der Galerie steht der. Ich hab' ne Anmähungsmine geworfen. Ich werde hier fassen. Oh, oh. Oh, der ist nicht. Oh, der ist nicht. Dann sind wir jetzt mal ruhig in Latschenbine. Das war zu Z. Oh, der ist nicht. Hilfe, Nebo, hier im Haus war einer. Oh cool, ich hab einen Blackhawk. Mit Minigun. Im Haus! Ja, wie konnt ihr mich denn jetzt sehen, bitte? Mit welcher Blastis bin ich denn jetzt? Der Kopf ist vor. Och komm schon, ey, man sieht die Geschosse voll nach links gehen und trotzdem sterbe ich. Ja, cool. Born in Blackhawk. Achso, dann seile ich mich ab, ist ja cool. Na fuck, da gab es zwei raus, ey. Aber grafisch gesehen kommt das ja gerade mal an Playstation 2 ran, ey. Meiner Meinung nach. Ja, das ist echt nichts eigentlich. Das ist genau wie der erste Teil. Der erste Teil war auch so. Ey, guter Schuss hat er gesagt, oder? So, jetzt muss ich aussteigen. Ich hab ne Annäherungsmine übrig. Was ist das? Lenkrakete. Das war jetzt cool, der Blackhawk, aber ich weiß nicht, wie viele Leute ich dafür töten müsste. Nebo, ich brauch Hilfe. Vier? Vielleicht. Oh, oben ist einer auf dem Haar. Oh, hallo! Ey! Oh, Mann! Ich mag mittlerweile ne andere Waffe nehmen. Oh, ne andere Basis noch, ne? Ich bin mal gespannt, ob da mal ein besseres Dings drauf ist. Besseres Zielfernrohr. Ja! Achtfach! Fuck! Ja, wenigstens hast du den noch. In digital, black and white. Ebo, ich brauch Hilfe. Ebo, ich brauch Hilfe. Feindliche Drohne. Oh, na, ich brauch Power. Oh, ist mich runtergefahren. Man hört dich nicht. Ja, kann ich schon nix, keine Ahnung. Er ist reingekommen. Na, jetzt haben sie die andere Flagge wieder eingenommen. Eiii... Caramba. Wir haben Miete gesichert. Und wir haben normalerweise so gute Synchronsprecher. Ja, haben wir doch nicht für so kurze Sätze. Das ist... Aber bei Resident Evil zum Beispiel find ich's schon geil. Oh, die Synchronstimmen. Das kann ich dir nicht sagen. Haben wir doch nicht für Spiele. Naja, musst du dir mal meine Videos angucken. Achso, ja. Sonst gibt's ja auch. Ne, da haben sie wirklich auch namha... Also das heißt namhafte, gut. Die meisten Synchronstimmen kennt jetzt eh keiner. Aber es sind namhafte auch dabei. Genauso wie bei Skyrim. Da sind auch namhafte Synchronsprecher dabei. Nur leider halt nur fünf. Das gibt's doch nicht, was... Äh, spielt der schon wieder? Der Tobi? Tobi, ja. Ja, ja, der spielt hier jetzt. Weil ich nämlich schon fluch, ne? Ich will auch was von der Flagge. Ja. Bin über der Flagge. Schön. Was ist denn da? Ich hab ein neues Ding hier freigeschaltet. Aber ich weiß nicht für was das ist. Boah ey, mit diesen dicken... 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 MGs hier ist man voll langsam. Ah, Nachschub. Ach, herrje. Cookie 3. 3 zu 9. Ah, wie ging das? Nein. Oh, hey! Ich hab bald die Spawn gedrückt. Wahrscheinlich ist der gerade gestorben. Ne, boho. Ich weiß, was da gut ist. Da ist ja egal. Ja, ich komm jetzt zu. Gibt's auch keinen vernünftigen Sniper... Äh... Äh, ja. Finde ich das Wort nicht. Stellen... Sniper... Ja, Position, meinst du, ne? Wo man Snipern kann. Ja, genau, Position. Heute, gestern... Irgendwas stimmt, wenn wir nicht im letzten Tag. Hi, bo, Hilfe. Echt zum Kotzen. Aber das macht noch das Spiel, ey. Da krieg ich Kopfschmerzen, ey. Das gibt's ja gar nicht. So. Jetzt probieren wir nochmal... ...den Bio. Ui. Hallo. Hallo. Ich kann nicht mehr schießen. Tepo. Jetzt kommt... Ey, hallo. Ich kann grad nicht schießen, Mann. Den machen wir mit dem Snipergewehr einfach mal so. Genau. Oh, komm. Aber nicht. Nein, nicht. Ach, Mann. Ey. Oh, immer stepp ich, ey. Ganade. Nein, nein, ich hab sie nicht mehr. Nein, 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 nein. Ach, fuck. Granade. Wir legen die Toten noch in der Luft, auch schön. So, dann probieren wir nochmal den Spare. Ich weh jetzt immer noch nicht wen ich nicht in Amazon. Es ist ja in Deutschland hin oder her, aber die G3A3 mit 21 Schuss ist doch ein bisschen mager. Was? Von wo? Oh, sieger! Oh, schon wieder Mark, ey! Motherfucker! Motherfucker! Was hat denn der?